Hallo, mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate, aber alle nennen mich Dr. Domme. Im heutigen Video geht es um die Sofortimplantation mit Keramikimplantaten, das sogenannte Shortcut-Konzept nach Dr. Ulrich Volz oder auch SCC nach Dr. Ulrich Volz. Ja, worum geht es eigentlich? Also, wie ihr schon alle mitbekommen habt, geht es in der biologischen Zahnmedizin darum, chronische Entzündungen oder Störungen, diese Störfelder, neuromodulativen Trigger zu entfernen und durch was natürliches, neutrales oder biokompatibles zu ersetzen. Und heute haben wir die Möglichkeit, wurzelbehandelte Zähne, also abgestorbene Organe, durch neutrale Keramikimplantate zu ersetzen. Da benutzen wir reines Zirkondioxid, also TZP-Keramik, die absolut keine freien Elektronen besitzt, also komplett neutral ist und auch ganz klar in den ganzen Studien ein super Weichgewebsverhalten hat und einfach mit dem Körper zusammen verwächst. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Meiner Meinung nach ist der intelligenteste Zeitpunkt zu implantieren die Zahnextraktion. Ja, der Zahn ist ja nicht ohne Grund abgestorben oder muss raus. Im Normalfall hat er ja Schmerzen oder eine Entzündung unten dran. Wir entfernen ja keine gesunden Zähne, wir machen einfach nur Störungen raus. Dann wird der Zahn rausgemacht und der normale Zahnarzt würde jetzt einfach diese Alveole, also das Zahnfach, abheilen lassen. Das dauert so im Normalfall zwei, drei, vier Monate und dann soll da neue Knochen entstehen und dann wird ein dreidimensionales Röntgenbild gemacht und dann entscheiden wir sich für eine Implantation. Also die Zeit, die dafür geht, sind schon mal, ja, vier bis sechs Monate, bis er mal angefangen wird zu implantieren, eventuell auch mal nur drei Monate, wenn es schneller gehen sollte. Aber was der Körper auf jeden Fall in der Zeit macht, ja, dieses Knochenfach wird er abheilen lassen und er wird auf gar keinen Fall das im Vollen zuheilen lassen, sondern in sich zusammenfallen. Es ist im Zeitenzahngebiet jetzt nicht so dramatisch, weil da geht es nicht wirklich um Ästhetik, aber im Frontzahnbereich, wenn der Knochen auch dreidimensional in sich zusammenfällt, dann geht auch das schöne Zahnfleisch hier oben, also die Ästhetik geht verloren und im Normalfall oder in häufigen Fällen ist es so, dann ist der Zahn draußen und man überlegt sich erst danach, oh Mist, jetzt habe ich Knochen verloren, jetzt ist der Zahn weg, jetzt sieht es blöd aus, jetzt müssen wir erstmal wieder Knochen aufbauen, um dann da später ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erhalten. Und vor allem in diesem sichtbaren Bereich, also Einser bis Fünfer, ja, Einser sagt man der Zahn, wir ziehen zu einem Frontzahn, Fünfer ist der Prämolar, in dem Bereich ist es quasi zwingend erforderlich, dass man sofort implantiert, dann würde man quasi dieses Zahnfach direkt durch das Keramikimplantat stützen. Man kann das auch mit Knochenersatzmaterialien machen, dann ist es auch genannt Socket Preservation, aber die perfekte Socket Preservation ist meiner Meinung nach direkt das Implantat reinzusetzen. Weil jetzt haben wir den Zahn gezogen, jetzt kommt sowieso ein neues Blutwachstumsfaktoren, die ganzen, ja, die ganzen Regulationsprozesse sind jetzt auf dem Maximum und wollen eh die Stelle regenerieren. Packe ich jetzt das Keramikimplantat als Stöpsel da rein, dann ist A die Wunde natürlich um den Betrag des Implantats kleiner, das heißt der Körper wächst einfach drauf zu. Also ein kleineres Loch zu regenerieren, der Stöpsel ist schon drin, dann nie eine OP, nur Zahn ziehen. Ja, man hat sozusagen einen Freistoß, weil man würde ja normalerweise gar nichts machen in den drei Monaten, nur abheilen lassen. Eventuell dann so einen Zahnflipper haben, der die ganze Zeit rausfällt. In dem Fall, also im Shortcut-Konzept oder der Sofortimplantation, machen wir direkt das Implantat rein. Freistoß bedeutet, wir haben eine Erfolgsquote von über 95%, ja, den kann ich eigentlich nicht verkicken, sozusagen, den Schuss. Und wenn man da dann als Patient gut aufpasst, sich um die richtigen Protokolle kümmert, Ernährung, Nährstoffe und auch nicht drauf rumbeißt in der Einheilphase, dann funktioniert das. Und normalerweise kriegen Sie auch gleich ein Provisorium drauf, sprich, es sieht aus wie vorher. Man darf nicht drauf rumbeißen, das ist aus ästhetischen Gründen, aber wir haben quasi den Socket oder die Alveole schon mal gestützt durch das Implantat, der Stöpsel. Das Implantat ist komplett neutral, weiß außerdem noch, also kein Titan des Schwarzes, sondern ein weißes Keramikimplantat. Und danach eventuell sogar noch ein Provisorium obendrauf im sichtbaren Bereich machen wir das. Im nicht sichtbaren Bereich immer ohne Provisorium, weil es einfach sicher ist. Jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger zweiter Punkt. Keramikimplantate heilen nur in absolut gesunden Knochen ein. Ja, das ist extrem wichtig im Vergleich zu Titan, weil Titan heilt immer eine chronische Entzündung ein, ähnlich wie eine Wurzelbärnung, TNF-Alpha, Intadyokin-1-Beta, diese Zytokine, die immer eine Entzündung produzieren. Keramik nicht. Keramik verknöchert nur in absolut gesunden Knochen. Das heißt, wir können das sekundär nutzen als Diagnostik. Das heißt, wenn man Keramikimplantat nicht eingeheilt ist, dann weiß ich als Behandler, oh, ich habe entweder eine Entzündung übersehen in dem Knochen oder irgendwo noch Toxine drin oder der Körper ist noch nicht gesund genug und deswegen ist es nicht fest. Oder wenn es sich zu arg bewegt, hat der Patient draufgebissen, dann ist es einfach bindegewebig eingeheilt. In egal welchem Fall ist es nie ein Problem, weil es gibt keine Entzündung an Keramikimplantaten. Die sind dann einfach nur nicht eingeheilt, da ist ein bisschen Bindegewebe drum herum oder Granulationsgewebe und man kann das im Normalfall dann ohne große Probleme einfach nochmal inserieren. Aber ganz, ganz wichtig, es geht ja immer darum, so gesund wie möglich zu werden. Ja, das ist das Ziel in der biologischen Zeitmedizin. Und wie gesagt, wenn eins mal nicht einheilen sollte, wissen wir einfach, okay, da stimmt noch was nicht im ganzen System. Ist also überhaupt kein Misserfolg, sondern einfach nur ein Ergebnis und wir können sehen, wie wir weiterarbeiten. Dennoch haben wir natürlich eine Erfolgsquote von größer 95%, was eigentlich kein großer Unterschied ist zur normalen herkömmlichen Therapie. Also wenn wir warten würden und dann implantieren, ist es ungefähr das Gleiche. Man muss ja immer bedenken, wir operieren ja in einem riskanteren Bereich. Da ist meistens ein toter Zahn mit einer Entzündung dran, Toxinen und trotzdem so eine hohe Erfolgsquote. Ist schon immens, was da möglich ist. Natürlich gibt es ein spezielles Protokoll, das wir entwickelt haben über die Nährstoffe, Tuning vom Immunsystem, Tuning Regeneration, Tuning Heilung, auf der systemischen Ebene. Dann während der Chirurgie-Phase, also während der OP, muss das ganze Gewebe vollständig entfernt werden. Es muss super gereinigt werden. Der Zahn wird ganz vorsichtig entfernt. Keinerlei Schnitte, um irgendwas zu zerstören. Die Blutversorgung bleibt erhalten. Desinfektion mit Ozon. Dann nehmen wir vor der OP immer Blut ab, um aus dem Blut eine Membran zu machen, aus dem eigenen Plasma. Das wird zentrifugiert und entsteht dann eine Plasma-Membran, die natürlich ein Ursprungs ist. Also nichts aus der Packung, nichts vom Rind oder vom Schwein, sondern wirklich aus ihrem eigenen Körper biologischen Ursprung. APHF-Membran nennt sich das. Und da sind die ganzen Wachstumsfaktoren drin. Die bringen wir dann da ein. Dann die Nährstoffe vom Bone-Healing-Protokoll. Das bespreche ich in einem anderen Video nochmal, warum wir das genau machen, warum das so wichtig ist. Und so haben wir ein komplettes Konzept, das nicht darum geht, das Immunsystem ein bisschen runter zu fahren über ein Antibiotikum, sondern das Immunsystem nach oben zu fahren, zu boosten, die maximale Regeneration, Knochenheilung voranzutreiben und dann heilt es auch ein. Also ein Keramikimplantat ist einfacher, aber anders, so wie der Dr. Volz das sagen würde. Das ist, man muss es schon auch lernen, auch das handwerkliche Vorgehen ist ganz, ganz anders wie bei Titan. Man muss viel, viel mehr auf die Knochenklassen achten und es heilt wirklich nur in gesunden Knochen ein. Deswegen ist auch wichtig, biologischer Zahnarzt zu sein, weil man dann weiß, wie man systemisch arbeiten kann, wie das Immunsystem funktioniert, wie die Entgiftung funktioniert und dann osseointegriert ist perfekt. Also Knochen ist dann perfekt. Und was noch als Vorteil kommt, neben der weißen Farbe, das eigentlich so hoch ästhetisch ist, das Weichgebsverhalten von Zirkon oder von Keramik ist einfach sensationell, ist fast besser wie vom eigenen Zahn. Sprich, das Gewebe, die Gingiva hier, das Zahnfleisch, also die eigentliche Ästhetik, wächst daran fest. Es ist nachher wirklich auch geschlossen. Und im Frontzahnbereich benutzen wir auch einteilige Keramikimplantate, die quasi keinen Sollbruchstelle haben, beziehungsweise auch keinen Spalt für Bakterien haben. Das Ding ist nachher dicht. Ja, weil das Zahnfleisch ist wie die Haut, Außenhaut. Der Knochen ist schon im Körper drin, also so wie wenn wir in die Haut reinpiksen. Und wenn wir die Außenhaut dicht machen und das Immplantat drin ist, dann ist es im Endeffekt perfekt osseointegriert und wir können was Neutrales einsetzen. Und der Dr. Dietrich Klingert, seines Zeichens Integrativmediziner oder meiner nach einer der besten Ärzte der Welt. Und auch, hat auch schon die ganzen, ja, Gewinne gemacht. Also quasi, ich glaube 2009 war er die Integrativmediziner des Jahres. Und er hat sehr, sehr viele Patienten auf allen Ebenen. Er sagt, zusätzlich ist jeder Zahn auch eine Art Aggregat für das autonome Nervensystem. Wir beißen ungefähr 10.000 bis 15.000 Mal, haben wir Zahnkontakte. Und durch diesen Zahnkontakt wird das autonome Nervensystem, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, Sympathikus, Parasympathikus, aktiviert. Sprich, wenn ein Zahn fehlt, gibt es nichts anderes, als dass der Knochen in sich zusammenfällt. You don't use it, you lose it, ist das normale Prinzip vom Körper, auch bei Muskeln, so auch beim Knochen. Und die Aktivierung fehlt. Das heißt, idealerweise kann man zahnbezogen auch behandeln. Das heißt, wie man sich's vorstellt, mit 80, 90 keine Zähne mehr haben, mit Prothese, so wie die Oma von früher, das ist heute nicht mehr notwendig. Heute wird einfach, wenn ein Zahn raus muss, abgestorben ist, warum auch immer, der entfernt und in der gleichen Sitzung Keramikimplantat eingebracht. Und wir haben ja wie gesagt diesen Freistoß, können also eigentlich nichts verlieren. Wenn man eins nicht einhält, ist das kein Grund zur Sorge, sondern wir wissen, da stimmt noch was nicht mit dem Körper oder drauf rumgebissen. Aber es ist auf jeden Fall, die Ästhetik wird konserviert, die Funktion wird konserviert und es ist die perfekte Socket Preservation, also der Stöpsel während der OP spart Zeit, spart Schmerz, spart natürlich im Endeffekt auch Geld und ist sofort gesundheitlich wirksam. Wir haben die Störung raus, toter Zahn ist draußen und sofort was Neutrales, frei von Elektronen inseriert. Es wird keine Immunantwort drauf geben. Elektrosmog spielt keine Rolle, weil Keramik keine Antenne ist oder irgendein Leiter. Das heißt, wir haben wirklich was Neutrales. Und deswegen verwächst es dann auch mit dem Körper, wie wenn es normales Gewebe wäre, also wie wenn es dazugehören würde. Und das ist das Ziel. Ich kann ja nicht jetzt etwas entfernen, was ungesund ist und durch etwas Neues auch wieder ungesundes ersetzen. Insofern ist die Sofortimplantation mit Keramik Implantaten einfach das Nonplusultra aus funktioneller Sicht, aus handwerklicher Sicht, vor allem natürlich aus gesundheitlicher Sicht, aus zeitlicher Sicht, aus Kostensicht, aus Schmerzsicht, aus wirklicher Sicht und deswegen mache ich das auch so. Und wenn es geht, man muss sich überlegen, ich mache jeden Risikofall, ich versuche überall auch Sofortimplantate zu setzen, wenn nicht eine Primärstabilität für das Implantat bekommen. Das ist einfach wichtig, handwerklich gesehen, muss das 35 Newton Zentimeter haben und deswegen muss es auch teilweise während der OP entscheiden dürfen. Darüber werden sie aber auch aufgeklärt. Ganz normal, wir machen immer eine Aufklärung, Planung, wird quasi am Neupatiententermin gemacht, sodass sie genau wissen, worum es geht und warum der Körper mit den Nährstoffen versorgt werden muss 14 Tage vorher, warum wie genau, dass wir eben diese extreme Immunstärkung und Regeneration von Knochen und Weichgewebe auch haben, gibt es verschiedene Protokolle, das Bone Healing Protokoll, dann machen wir ganz viel Infusionstherapien mit Nährstoffen. Das ist Thema für ein anderes Video, aber heute ging es um die Sofortimplantation mit Keramikimplantaten, im Frontzahnbereich mit Provisor, im Seitenzahnbereich meistens ohne, weil es einfach nicht notwendig ist, als ideale und perfekte Socket Preservation, als das Stöpsel und als die neutrale, gesunde Alternative für einen toten, abgestorbenen Zahn. Over and out, Dr. Dommel.